Ladies and Gentlemen, liebe Pelikadner, willkommen zurück zu Dust. Hier heute Dinge am Start. Wir sind jetzt bei unserem großen Finale angekommen. Und wir werden jetzt in dieser Folge den Gusting-General bezwingen. Und ich hoffe somit das Spiel beenden. Und ja, das wäre... Egal, egal wie lange es dauert. Wenn es 50 Minuten dauert, wenn es 60 Minuten dauert, wir werden in dieser Folge den Sack hier bezwingen. Auch wenn es zwei Stunden dauert. Ist mir egal, er wird sterben. Ich habe nicht vor, in diesem ersten Abteil ein Leben zu verlieren. Wieso fliegen wir einander so hoch, Mann? Alles ruhig, locker, flockig. Einmal springen, einmal runter. Bam, kriegt er einen auf den Sack, ey. Bam, kriegt er wieder einen auf den Sack. Nee, ist nicht Garius, du, Alter. Du, Alter, du, Kanaljubi. Ich dachte echt vorhin, Alter, beim dritten Mal, als wir den getötet haben. Das ist es jetzt. Das ist der, das, das ist er. Das ist der Sieg fürs Leben, des Lebens. Das ist er. Das ist er, der Sieg. Ja. Das haben wir alles da, wir haben alles da. Das ist ja prima prächtig hier, Alter. Bam zur Seite mit dir jetzt. Einmal mit Profis arbeiten. Na ja. Ist das so dumm von mir? Erste Tötung. Erste Tötung. Wo bin ich? Oh mein Gott, ich hatte gerade so Angst. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht. Hat das vorher auch so lange gedauert, ey Na also Oh, Leute, 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 Alter Ist das eine abgefickte Wichse hier, Alter Dieses wie es endet Ich muss das jetzt schlau hier spielen gegen den, Alter Wenn er andauernd seine Scheiße macht Genau, wenn er die Bälle andauernd macht, dann muss ich das so Ich ihn andauernd so ein bisschen auskontern Und kommen lassen Bah, dann kriegt er einen mit von mir Dann setzt er seine Bälle ein Die können wir ihm pusten Dann sag ich, okay, setz seine Bälle nochmal ein Dann geh ich da hin Gib ihm einen schönen Attack gegen den Kopf, Alter Dann fällt er natürlich nicht ins Feuer, weil Warum sollte er, ne? Oh, Scheiße Oh, jetzt werde ich... Nein Er macht ein Lucky Hit ins Feuer Ich glaub's nicht Ein Lucky Hit ins Feuer Und das war's für mich Er war schon bei der Hälfte wieder Alter, und schon wieder die ganze Wichse von vorne, Alter Das ist so ein Drecksboss, Leute Ohne Bits, ey Das ist so Asozial scheiße Ja, erzähl mir Erzähl mir, wie geil du bist Ja, bla bla Das ist auch so ein Schwachsinn, dass wir immer wieder von hier anfangen müssen, man Und die anderen dann scheiße Attacken ausweichen können Das ist so Kurz was erledigen Untertitelung des ZDF-19 Oh, Alter 8000 haben wir Schön 8000 kaufen wir hier jetzt auch ein Und zwar die Dinger Wie viel können wir es davon gönnen? Vier Stück Und dann haben wir noch 1600 Gold über Das heißt wir kaufen uns nur mal das hier Was können wir uns für 200 Gold noch kaufen? Ein davon, Alter Herrlich Geil So Jetzt haben wir hier wieder ZDF Ohne Ende Was mich sehr glücklich macht Speichern wir nochmal das scheiß Spiel Ja Jetzt gehen wir in den Bossfight rein Und rasieren den sowas von weg Blah 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 Das war's für heute. Das war knapp. Das war knapp, habe ich gesagt. Nice. Nice, nice, nice. Ah, blah, blah, you cannot win, blah, blah. Not anymore. Not anymore. Yeah. Okay. Let's go. Okay. 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 Alter. Ich bin genau in den Wichser rein. Was für ein Witzbold. Wollt ihr mich einfach ausschalten mit dem Move. Witzig ey. Was für ein Witzbold. Witzig. 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 Alter, man muss so super konzentriert hier bei dem Boss-Fight sein Man muss richtig aufpassen, wohin du springst Ah, das war nice, Alter Geiler Damage-Output Ah, jetzt kriegt ihr nochmal Damage auf mich drauf, oder was? Ah, gute Chancen, Bitches, gute Chancen, das hier zu beenden Genau, das ist where it fucking ends Geilos Boom, Feuer Na klar Was ist das denn für eine... Dreiste Wichse hier, ey Zur Seite Oh, das bin ich runtergefallen Na klar, ich liebe... Oh, sowas liebe ich, ja Ah, wenn man in so einer Position ist Herrlich Komm, wirf deine Bälle, kommst du mir Glaubst, ich war genau in dem Ding drinnen Und erstmal ins Feuer rein Jawohl Jawohl Natürlich Und er fällt nicht einmal ins Feuer Natürlich Ach, Alter, deine... Ganz ehrlich, Gaius, deine Bruder, ey Deine stinkende Bruder Ich kann hier nicht weg, Mann Ich konnte ihn nicht mal jetzt packen Oh mein... Komm, Leute, wir haben's fast ges... Der hat mich da reingeblockt Keiner kann mich aufhalten Zu gut Alter, das war's jetzt, ne Das war's jetzt Nochmal geht nicht So viel Geld hab ich nicht, um noch mehr Items zu kaufen Das war's jetzt, oder Oh mein Gott, ich hoffe, das war's jetzt Meine Fresse, Mann So, ich kann mich noch bewegen Okay, wir bewegen uns langsam nach vorne Crouch, Crouch Fuck Deine Fresse auf meinen Arm zu schreien Ich weiß, wie ich heiße Oh Hals, Mann, Mann Du hast so einen abgefuckter Boss Wenn ich die Gelegenheit hab, dich zu töten Töte ich dich Boah Nein, lass ihn fallen You You're not Cassius Yes I am Yes You are But Cassius is gone As is the world we once loved Cherish it Finally, Digger To wenigstens Fertil Digger, da, sehe ihn Dust Dust Fertil Gehen 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 Geh Und manchmal ist das nicht genug, Fidget, wenn die Leben-Threaten geht. Fidget, danke dir. Good night, Dast. Lava-Bart! Nyaum, 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 nyaum. So fest, wir sind jetzt einfach so gestorben, ja? Aber unser Schwert, nyaum, 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 nyaum. Oh, 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 oh. Sofest's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Sen Mithrarin was born of dust, a current through the winds of change, a harbinger of storms yet to come. SEQUEL, BITCHES! DEAN DODRY, GO FUCK YOURSELF! FUCKING PIECE OF SHIT, MAN! HOLY SHIT! Die kann man so ein Meisterwerk erschaffen. Das war echt gut, muss man sagen, ne? Das war echt frustrierend an einigen Stellen. Aber es lag auch darin, dass es zu wenig Consumables gab, die die Gegner gedroppt haben. Aber an sich war es echt fucking pretty. Die Story war auch gar nicht so schlecht. Typisch, ich weiß nicht wer ich bin, ich bin gut, ich bin böse und nice, ich bin auf den Kopf gefallen. Aber, so für, keine Ahnung, ich habe es mir für 5 Bucks oder so geholt, das Game. Kann man auf jeden Fall mal zocken. War eigentlich ganz nice, kann ich das wegdrücken? Okay, dann lassen wir das mal durchlaufen hier, glaube ich. Lassen wir das durchlaufen? Oder nicht, dass das so übertrieben lange dauert. Egal, wir lassen es einfach mal durchlaufen. In aller Ruhe. Ich gucke mal, bei wem ich so wichtig war gerade. Weil ich war wichtig. Ähm, okay. Nebenquests waren okay, ne? Also, nichts Besonderes so, weiß ich nicht. Aber gut, als ich... War echt ein gutes Spiel. Ich glaube auch in knapp... ...9 Stunden durchgezockt. Länger als erwartet. Ich glaube es waren 9 Stunden oder so. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Aber doch, 9 Stunden. Irgendwie sowas. Okay, können wir das wegklicken? Äh, lassen wir das mal durchlaufen. Ganz entspannend. Mal gucken, was mal am Ende kommt. Vielleicht kann man so, boah, mega secret oder so, weh. Oder auch nicht, bla bla. Oh. Ja, geil. Nächstes Game durchgezockt und abgeschlossen. Meine Mähne frisieren. Oh, Alter. Leute, Leute, Leute. Bin ich fertig, ey. Das hat wieder... Ich glaube, ich habe am Stück jetzt... Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, 12 oder 13 Folgen aufgenommen. Echt habe ich jetzt, ey. Das waren fast... Das waren fast 5 Stunden am Stück jetzt, glaube ich. Waren sogar 5 Stunden, weil das Grinder habe ich ja nicht aufgenommen. Oh, krass, scheiße, ey. Eie. War gut. War auf jeden Fall frustrierend, aber hat irgendwie auch Spaß gemacht. Mehr oder weniger. So. Ne? Ne? War gut. Ich verliere schon meine Haare. Guck mal, wie hinten meine Mähne aussieht, ey. Ach, du Scheiße. Das Haare waschen gehen. Mache ich jetzt auch gleich. Das kann richtig zum Super Saiyan werden. Warum auf einmal so blond? Zack. Ja, was ist denn jetzt hier, Alter? Ja, doch, das hier geht das jetzt hier noch durch. Dann müsst ihr euch das ja gar nicht angucken. Ne, egal. Scheiß drauf. Das sind hier die Credits. Ich sage, danke fürs Zuschauen. War ein cooles Projekt eigentlich. Und... Ja. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Vielen Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ihr übergeilen Pelikan. Hier.